Sie sind heute zum ersten Mal paddeln gewesen in einem Zweier-Kalak von Wettmann. Wie hat es Ihnen gefallen? Super gut. Und es war viel einfacher, als Sie es mir vorgestellt haben. Ich hatte zuerst ein bisschen Sorge und wir haben YouTube-Videos geguckt, wie steigt man ein, ohne umzufallen. Und jetzt war es viel leichter, als ich mir das vorgestellt habe. Super. Und Ihnen? Ich komme noch dazu. Ja, super. Also, es war wirklich total klasse. Wirklich einfach. Ja, super Wetter. Alles toll. Wir sind begeistert. Das ist super. Und wie sind Sie auf die Aktion aufmerksam geworden? Ja, wir haben hier gezeltet und Campingurlaub gemacht, sind gestern mal runtergefahren und runtergelaufen, haben uns den See angeschaut und haben dann den Stand gesehen und haben direkt gesagt, wir machen das und wollten jetzt in den nächsten Tagen mal so eine Zweitagestour mitmachen. Okay, also könnten Sie sich denn auch vorstellen, das dauerhaft oder sich vielleicht eins anzuschaffen oder eher nur so hobbymäßig das mal auszuprobieren? Also wir kommen aus dem Rheinland. Da gibt es leider nicht so wahnsinnig viele Kanäle, auf die man irgendwie fahren kann. Also anschaffen wohl eher nicht, aber so hobbymäßig könnte ich mir das schon vorstellen, das öfters zu machen oder auch gerade im Urlaub immer mal wieder eins zu leihen. Und wir kommen auf jeden Fall nochmal in die Gegend, um weiter paddeln zu können. Okay, danke. 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 Danke.